Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ WilliMir. Ja, heute, vor einem Jahr, habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen. Deswegen gibt es heute ein kleines Geburtstags-Special. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie das aussehen soll. Und habe mir folgendes gedacht, am Geburtstag bekommt man ja normalerweise Geschenke. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre auch immer mal wieder was geschenkt bekommen, was irgendwie mit Michael zu tun hatte. Da haben meine Verwandten oder Freunde an mich gedacht und mir einfach so als Überraschung was mitgebracht. Und wahrscheinlich geht es euch genauso. Diese Sachen sind einem irgendwie immer besonders viel wert, weil es einfach schön ist, dass da jemand an einen gedacht hat und einem einfach was mitgebracht hat, was er irgendwo gesehen hat. Und drei von diesen besonderen Gegenständen, die ich habe, werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, diese Getränkedose, die hat mir meine Tante 2012, als sie rauskam, aus Mexiko mitgebracht. Bei uns kam diese Dose ja nur mit einem anderen Motiv raus, in Mexiko eben auch noch mit diesem. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich hätte sie nicht darum gebeten, da irgendwie mal nachzugucken, ob es da sowas gibt, sondern sie hat das einfach gesehen und mir mitgebracht. Und wenn ich jetzt hier mal ranzoome, könnt ihr auch sehen, dass die eben in Mexiko rausgekommen ist. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, ist dieses riesengroße Feuerzeug. Ich stelle mal die Pepsi-Dose daneben, damit ihr sehen könnt, wie groß das ist. Eigentlich finde ich dieses Feuerzeug total hässlich, aber trotzdem habe ich das total gerne, weil ich es einfach den Gedanken auch so schön finde, dass mir das jemand mitgebracht hat, der das gesehen hat und an mich dann gedacht hat. Das hat auf der unteren Seite übrigens auch einen Flaschenöffner, wo man dann seine Bierflasche öffnen kann. Und natürlich kann das auch eigentlich Feuer machen, nur es ist jetzt hier gerade ein bisschen windig im Garten, deswegen will das gerade nicht so, wie ich das möchte. Das letzte, was ich euch heute zeige, ist diese Pressung des Bad-Albums. Nämlich ist das hier eine Pressung aus Mexiko. Ich drehe die Platte mal um, dann könnt ihr sehen, was die Besonderheit ist. Nämlich sind die Songtitel immer auch noch auf Spanisch gedruckt. Zum Beispiel Bad mit Malo übersetzt und die anderen Lieder eben auch dementsprechend auf Spanisch. Das ist eine ganz witzige Sache, finde ich. Und wenn ich hier mal rüber zoome, könnt ihr auch die Credits sehen, da steht, dass es eben eine mexikanische Pressung ist. Diese Platte hat mir damals vor einigen Jahren eine meiner damaligen Lehrer geschenkt. Die hat er bei sich im Keller gefunden und hat an mich gedacht, wusste, dass ich Michael Jackson Fan bin und hat mir die einfach so geschenkt. Vollständigkeit halber zeige ich euch jetzt noch die Labels von dieser schönen Platte. Auch hier, wie ihr seht, sind die Songtitel auf Englisch und auf Spanisch gedruckt. Und auch hier seht ihr wieder am Rand unten die Credits, dass es eben aus Mexiko kommt. Und auch die B-Seite sieht so aus mit den Songtiteln auf Englisch und auf Spanisch. Mein kleines Kanal-Geburtstags-Special ist es leider schon wieder um. Ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem von euch bedanken, der in dem letzten Jahr meine Videos angeklickt hat, kommentiert hat, mich abonniert hat und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir im nächsten Jahr auch weiterhin treu bleiben würdet. Ich versuche, so oft es geht, für euch Videos zu drehen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich irgendwie nochmal weiter wachsen würde, dass ich also noch mehr Leute erreichen kann. Das heißt, wenn ihr vielleicht Leute kennt, die meinen Kanal interessieren könnte, dann sagt denen doch einfach weiter, dass es mich gibt. Vielleicht gefallen denen meine Videos ja auch. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und einen schönen Stahl in die Woche. Bis dann!